Musik Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerktat und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe für euch heute eine so schöne Karte. Ich finde, die ist wirklich wunderschön. Und die sieht im ersten Moment, glaube ich, ganz einfach aus, aber die hat es ganz schön in sich. Also da ist schon einiges zu tun für diese Karte. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch heute. Und ihr seht jetzt hier im Hintergrund, hoffentlich kommt das gut in der Kamera rüber. Ich gehe mal wirklich ganz nah hin. Der Hintergrund ist Emboss. Gestanzt. Hier ist koloriert und auch gestanzt. Auch hier unten ist noch eine ganz zarte Verzierung. Also das ist... Ich finde die Karte total schön. Und innen habe ich auch noch ein bisschen was hier aufgeklebt. Also ja, was ich auch ganz cool finde, ist, dass die Karte vorne keinen Spruch drauf hat. Also es ist auch mal was ganz anderes. Und dann basteln wir die heute zusammen, oder? Habt ihr Lust? Hi! Okay. Ihr braucht dafür ein bisschen Material. Und ich habe auch schon ein bisschen was hergerichtet. Und zwar... Ihr braucht einmal ein Stück Schiefergrau. Das habe ich geschnitten auf 28 cm in der Länge. Und auf 10,5 in der Höhe. Und gefasst habe ich das schon bei 14 cm. Das ist meine Grundkarte. Mein Stempel ist auch schon drauf. Selbstgemacht im Basis-Bastelwerkstatt. Dann habe ich ein Stück Merlot in dem Maß 13 x 9,6 cm. Und zwei Stücke Seidenglanz in dem Maß 13,3 x 9,9 cm. Mein ganz anderes Maß habe ich mir überlegt. Mal was Neues. Und ich habe hier auch schon ein bisschen drauf gestempelt. Und auch schon ein bisschen was geklebt. Aber ich zeige euch natürlich alles nochmal ganz genau. Also wir stempeln natürlich. Und wie das funktioniert, das zeige ich euch auch. Und dann habe ich mir auch schon mal ausgestanzt die drittgrößte Stanzform von den raffiniert bestickten Etiketten. Also die drittgrößte. Und wir stanzen heute auch mit denen, aber nur mit diesem schmalen Teil hier unten. Aber ein bisschen was wollte ich schon mal herrichten, weil ich mir gedacht habe, ja, das ist doch eine aufwendigere Karte. Ich zeige euch auch gleich noch die anderen Stanzen, die ich benutze. Das sind die herrlichen Hintergründe. Da nehme ich dieses wunderschöne Blütenelement. Das habe ich auch schon mal in dieser total süßen Verpackung, in dieser Side-Close-Box genommen. Das verlinke ich euch jetzt hier oben. Und ich zeige es euch schnell. Weil es nämlich farblich perfekt passt, haben wir diese kleine Side-Close-Box zusammen gemacht. Seht ihr? Die öffnet sich so an der Seite. Und da ist im Hintergrund auch dieses Blütenmotiv aber ausgeschnitten. Also ihr seht es jetzt hier mal im Hintergrund so. Und wenn ihr euch aber die ganze Form stanzt, dann kann man sich das auch ausschneiden, dann sieht das so aus. Die hat hier sehr gut zusammenpasst, fast oder farblich fast perfekt. Hier ist es ein bisschen anders, aber ansonsten, das könnte man als Kombination wunderschön verschenken. Wenn ihr das basteln wollt, dann guckt da oben das Video an, gell? Hier war es nochmal in grün. Genug Werbung gemacht für mich. Ne, und genau, dann basteln wir das jetzt zusammen. Da nehme ich mir auch gleich mal meine schmale Stanzform raus. Und als Stempelset nehme ich einmal noch das Frei wie ein Vogel. Das finde ich auch total schön. Mit dem habe ich am Onstage gearbeitet und deswegen habe ich mir das bestellt. Da sind auch diese wunderschönen Kirschblüten und diese tollen Vögelchen drin. Und da ist auch der Spruch, den ich in die Karte gestempelt habe. Ich sing dir ein Geburtstagslied, denn es ist schön, dass es dich gibt. Passt doch zu den Vögelchen. Und als Hintergrundstempel nehme ich diesen Stempel. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, dass es den gar nicht mehr gibt. Aber es gibt noch ganz viele andere Hintergrundstempel und dann nehmt ihr einfach, was ihr habt. Okay, dann legen wir los. Und wir starten jetzt gleich mal mit dem Embossen. Zum Embossen braucht ihr einmal den Embossing Buddy. Der nimmt die ganzen Fingerabdrücke vom Papier. Und den fahren wir einfach einmal übers Papier drüber. Dann brauchen wir das Versamark. Das ist die spezielle Tinte, die ein bisschen feuchter ist als die normalen Tinten. Und die ist durchsichtig. Und den Stempel habe ich mir schon auf einem großen Stempelblock aufgezogen. Da ist irgendwas drauf, das muss weg. Und dann mache ich mir den einmal gut voll mit der Versamark-Tinte. Also für dieses Projekt wird sich auch super der Stempelbarat auseignen. Das wäre natürlich auch ideal. Und ich versuche das jetzt gerade da drauf zu bringen. Schauen wir mal. Drücke mir da schön gleichmäßig drauf, dass das wirklich überall gut annimmt. Und ziehen wir das Papier dann einmal nochmal ab. So. Man sieht es ganz leicht, gell? Und dann nehme ich das im Bossingpulver in Klarsicht. Und löffle mir das jetzt einmal hier drüber. Klopfen wir das auch immer wieder zwischendrin an, dass ich da nicht zu viel dran habe. So sieht das ganz gut aus. Jetzt räume ich das nur schnell auf, weil ich habe da ein bisschen gekleckert. Gut, dass ich ein Papier unten drunter hatte. Und dann erhitze ich mir das jetzt auch gleich. Da lasse ich euch Musik laufen, weil das relativ laut ist, das Erhitzungsgerät. Und ich nehme es jetzt auch nicht in die Hand, sondern ich mache das auf meiner Unterlage, weil man sich da leicht die Finger verbrennt. Also ein bisschen aufpassen. Und was sagt ihr? Ja, ich finde das ist total schön. Das macht sich richtig gut. Ich habe das Ganze auch schon mit Kupfer embossed. Da hat es mir jetzt nicht so gut gefallen. Ich fand, das Melodot mit dem Kupfer hat nicht ganz so für mich harmoniert. Aber so als kleine Kleckse in den Hintergrund von der Karte habe ich mir da jetzt ein paar ausgestanzt. Macht sich das vielleicht auch ganz gut. Aber mir hat eben das Klarlack viel, viel besser gefallen. Aber ich finde, also ich denke, das kann man mit jedem Hintergrundstempel schön machen. Und das ist einfach ein toller Effekt. So, und das nächste stempeln wir. Ich nehme mir jetzt die Memento-Tinte. Und aus dem Stempel-Set frei wie ein Vogel nehme ich mir diese wunderschönen Vögelchen. Und ihr seht ja, das sind jetzt auf dem Stempel vier Vögelchen. Aber ich möchte nur diese Dreierkombination haben. Und da nehme ich mir jetzt als kleinen Tipp so einen kleineren Stempelblock. Also der würde gar nicht für das Ganze reichen. Und ich ziehe mir den jetzt eigentlich an der Seite nur, also wirklich auch nur so weit auf, wie mein Stempel-Motiv geht. Also ich möchte noch das Blatt vielleicht ein bisschen drauf haben, aber den Vogel mit dem Vögelchen nicht mehr. Und deswegen ziehe ich mir das jetzt nur so auf meinen Stempelblock auf. Irgendwie tue ich mir da leichter mit dem Abstempeln. Dann mache ich das Ganze mit Farbe voll. Und stempele mir das jetzt auf meine Stanzform auf. Und das wage ich jetzt schon ein bisschen nach rechts, weil ihr seht das gleich. Ich stempele mir das kurz ab und dann erkläre ich euch das. Ihr seht jetzt hier, am Rand fehlt ja eigentlich ein Stempel-Teilchen. Aber ich möchte mir das ja eh gerade abkürzen, so wie auf meiner Karte. Seht ihr das gut? Und deswegen passt es genau so. Ich habe mir das ja auch nicht komplett mit Farbe voll gemacht, den Stempel, sondern eben auch nur bis zu diesem Bereich. Und so kann ich mir das jetzt dann ausstanzen. Aber vorher, bevor ich das ausstanze, koloriere ich mir das Ganze durch. Und das Ganze koloriere ich mit dem Blends. Und zwar habe ich jetzt hier mich einfach durch mein Regal gekämpft. Alles, was ich so habe, benutze ich. Das Rote ist jetzt zum Beispiel Chili, nicht ganz mehr Low-Rot. Aber ich finde, das passt auch. Also das macht sich auch ganz gut, wenn das nicht ganz genau der gleiche Farbton ist. Genau, und das ist, ich kann euch kurz die Farben sagen, das ist mal Osterglocke, dunkel und hell. Den Auffäller, das müsste olivgrün sein. Vielleicht nehme ich dann nachher noch grüner Apfel mit rein. Und Bronze und helfen beiden zu. Das sind die Farben. Und da koloriere ich mich jetzt durch. Und da lasse ich euch natürlich ein bisschen zugucken. Aber ich lasse euch Musik laufen. Und ich zoome euch hier noch ein bisschen näher hin, dass ihr das besser seht. Musik ja am schluss ich immer noch mal mit den weißen marke so ein bisschen drüber dass sich so die farbverläufe noch ein bisschen besser ineinander vermischen und ansonsten ich meine macht es total spaß ich finde das echt schön dieses kolorieren das ja habe ich immer gedacht das liegt mir gar nicht so aber mit dem blend das macht echt spaß ich habe jetzt hier noch eine farbe genommen und zwar helicalypso für die schnäbelchen aber da könnte man natürlich auch das chili oder in roten nehmen wo man gerade da hat ja und so sieht das ganze jetzt aus kannst du so da ich finde ich so hübsch und dann geht es jetzt an statzen wir stanzen ist nämlich doch eine menge aus dafür brauche ich die big shot muss ich doch noch mal ein bisschen rausholen glaube ich damit ihr das alles seht ok als erstes nehme ich meine vögelchen gleich und mache mir hier diesen geraden abschluss mit dieser ganz schmalen kante wieder dabei ist bei diesen bestickten recht ecken quatsch bei den bestickten raffiniert bestickten rahmen und das lege ich mir jetzt ziemlich gerade auf und stand es mir das einmal durch das schön gerade ist wenn die mich da schon ein bisschen an diesen rändern so geht es aber wer sich da unsicher ist dass es hebt kann einfach post drüber kleben und dann hat man jetzt hier diesen schönen rand und wir schneiden uns gleich noch die ecke ab aber es ist schon mal bestickt sozusagen und dann nehme ich mir das teil dass wir gerade im bost haben und da mache ich so dass ich mir diesen schmalen streifen auch noch mal einmal oben und einmal unten ausstand und den klebe ich mir so ein bisschen fest und postet damit das besser hebt ich mache das jetzt so ein bisschen nach augenmaß aber ihr könntet euch das auch ausmessen wenn das wenn ihr das ganz 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 genau machen möchtet und unten nochmal und cd haben wir hier oben ich glaube 7 in der kamera leider schlecht aber in der in echt wenn ihr das macht das sieht man es gut und das sieht toll aus und hier unten nochmals von den extra spitzen rand quasi genau das lassen wir jetzt auch gleich weil wir an dieser form nämlich noch ein bisschen weiter arbeiten mit diesem teilchen und zwar habe ich mir ja noch die blüten in den hintergrund ausgestanzt und da lege ich mir das so ein bisschen zurecht dass ich ungefähr weiß wo ich die so haben möchte vielleicht noch ein bisschen weiter runter mit dem fügelchen als immer noch mehr von den blüten aber das ist so eigentlich eine ganz gute stelle und dann stand sich mir die auch noch mal aus und dann habe ich das ja auf der karte auch so gemacht dass man hier unten auch noch ein bisschen was von den blüten sieht das heißt wir müssen es uns noch mal ausstanzen und da ließ mir jetzt auch noch mal so an dass sie unten ein bisschen was ausschaut so ungefähr und das war so jetzt noch mal festzukleben mit dem postet das hat irgendwie beim letzten mal besser geht das hebt jetzt ganz ganz schlecht und jetzt möchte ich aber hier nicht noch mal mit rein stanzen ich meine sieht man zwar nachher vielleicht gar nicht unbedingt aber das ist weiß nicht dass deswegen drehe ich mir das jetzt um und geht meine stand platte nur so weit auf wie ich auch stanzen möchte also man sieht dann eigentlich nur bis zu diesem rand das andere wird mit dem fügelchen nachher überdeckt sein und deswegen lege ich die platte so an hier sehen wir das einmal durch und doch dass das hier keine akrylplatte drauf liegt ich zeige euch das mal also hier liegt ja keine akrylplatte auf stanz der mir denn nur bis hierhin scheppert jetzt gut aber so haben wir uns in einem bereich gestanzt die bildschutz schnell weg und zieht ihr das gleich und jetzt kommt man das ganze mal an seht ihr haben wir hier unten nur ein teil ausgestanzt und die darüber gehen hier nicht weiter aber die zwei kann man jetzt noch raus machen nachdem aber die sieht man dann nachher wahrscheinlich eh nicht mehr mal über das fügelchen drüber kleben genau also diesen hier den nehme ich noch raus und der das kann drin bleiben und so habe ich dann nachher eine richtig schöne untergrundform und was ich jetzt auch bewusst gemacht habe ist dass ich diese teile die wir eigentlich ausgestanzt haben noch in der stanzform lassen warum das zeige ich euch auch gleich für den innenteil unserer karte brauchen wir das nämlich noch und jetzt klebt man schon mal ein kleines bisschen was zusammen von unserer karte also als erstes schneide ich mir noch ein etikett zu kommt dann hier diese schöne form und dann klebe ich mir einfach mit flüssig kleber schon mal ein teil von meinen karten zusammen und zwar nehme ich jetzt als erstes unser embosses teil und kleben wir das mal auf meinen seiden glanzpapier auf wenn ihr im hintergrund mit schmatzen hört das ist mein mann der ist gerade dazu gekommen und das ganze kann ich mir jetzt auch schon mal auf meine schiefer graue grundkarte kleben wenn ich schon kleben wird dann klebe ich auch gleich mein innenteil rein das ist noch nicht ganz fertig aber das kann man ja schon mal rein kleben da habe ich nur den spruch schon mal drauf gestempelt da kommt jetzt klar noch ein bisschen blütendekoration hin und meine fügelchen die klebe ich mir jetzt mit abstand abstand kleber noch auf die frontseite drauf und dann relativ viele dass das schön gleichmäßiger haben über den projekt ist jetzt gehe ich ja mal ziemlich bündig auf und hier halt so ja über den hintergrund drüber jetzt sind wir schon fest fertig mit unserer karte und jetzt nehme ich mir noch den leinfaden und mache noch ein kleines schleifchen auf das etikett mit den tügelchen und dann ist die vorderseite schon fertig fast bisschen bisschen was müssen wir noch hin machen bisschen bling bling darf nicht fehlen und dann muss man natürlich noch die innenseite fertig machen dann haben wir ein kleines schleifchen das klebe ich mir einfach mit dem blutort an den ich ein bisschen zusammenrolle und dann nehme ich mir ein paar perlchen und klebe mir das hier in die mitten von meinen blüten in den hintergrund das ist finde ich noch ganz ein schöner feiner akzent dann möchte ich mir diese kleinen perlchen drei stück und schon ist die frontseite fertig und jetzt machen wir noch die blüten in die innenkarte da lege ich euch mal das muster dazu und da habe ich jetzt so gemacht dass ich mir da ein paar drinnen gelassen habe und zwar stehe ich jetzt die raus die ich gar nicht brauche vier stück lasse ich noch drin ist die anderen können weg und hier mache ich mir jetzt einfach hinten ein bisschen flüssig lieber drauf ich so möchte jetzt noch ein bisschen näher hin und jetzt versuche ich das auch gleich so aufzukleben also ich hoffe dass sie mir jetzt da nicht ausputzeln also so hat es echt super geklappt dann habe ich hier gleich einen richtig schönen abstand kann mir da noch ein pärchen in die mitte setzen und habe auch hier hinten noch innen noch echt ein schönes einen schönen hingucker das sind natürlich die die blätter auch geprägt also gehen im borst und es macht sich noch richtig schön sie dich die gut hier lieben das war es schon unsere karte ist fertig und gefällt sie euch also ich bin sie total schön ich finde die vögelchen schön ich finde es auch toll dass es eigentlich vorne relativ schlicht ausschaut aber doch ganz besonders ist mit dem hintergrund und ja auch innen drinnen das finde ich auch richtig schön mit den blüten ich mag diese hintergründe total gerne und ja wie gesagt mal was anderes und richtig hübsch ich wünsche euch jetzt ganz viel spaß beim nachbasteln wenn es euch gefallen hat dann könnt ihr mir gerne einen daumen hoch geben und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen videos sehen wollt dann könnt ihr den kanal einfach abonnieren ihr könnt dabei diese glocke drücken und dann werdet ihr immer kostenlos informiert wenn ich ein neues video hochladen bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal Bis zum nächsten Mal.